Die Playoff-Quiz McCarthy McCarthy Ja, ich habe mitbekommen, dass das passiert ist kurz vor Schluss, aber wer das war, keine Ahnung. Das ist eigentlich etwas, das ich nicht gerne zurückgeschaut habe. Das war McCarthy Das war HZD Ja, wieder Davos. Ich nehme mich an. Die sind nämlich zuerst mal mit dem Leon, nach dem Schweizer, zwei Jahre später. Ja. Ich weiss, dass wir mal 20 Spiele hatten. Da muss ich mich erinnern. Bei 21 Spielen, das ist wahrscheinlich der HZ Davos. Gartner Ryan Gartner Ich bin der HZ Dürer, Lugano und Bern. Ich bin der Gartner. Die Playoff-Quiz Die Hockey-Week, every Wednesday at 19pm. Die HZ Davos Ich bin der Schnauze Da ist das fürszych, bis zum nächsten Mal.